Willkommen zurück zu Transport Fever 2. Gleise habe ich in die Richtung gesetzt, also zumindest ein Stück. Der will da oben andocken. Ich muss da unten rein und ich bin verbunden damit. Das hat es gemacht das Spiel. Dann gehen wir da rauf. Wir müssen ein bisschen darüber. Das heißt ab da dann gerade. Komplett gerade. Schade, dass ich noch keine schnelleren Brücken habe. Aber das kriegen wir hoffentlich auch bald. Da wären wir schon wieder da. Da würde ich gerne wieder normal. Ja. Vorerst einmal bis da. Dann ziehen wir die andere Richtung mit. Wie weit komme ich denn da beim mitziehen. Das geht sogar durch, oder? Ja. Und wenn ich jetzt gerade gehe komme ich hin. Zu mir. Ja, warte mal. Einmal bis da. Da werden wir den Bahnhof setzen und schauen wo die Gleise hin müssen, damit ich in den Bahnhof rein komme. Das wäre mal der Plan. Und jetzt Gebäude der zweigleisig da irgendwo mit Bahnübergang vielleicht. Müssen wir schauen. Da rein vielleicht. Ja, da steht er mal. Wie stark komme ich da rüber? So. Und dann muss ich da rüber. Heißt, so wird es gehen. Dann da auch noch. Ähm, komm weiter. Nach da hinten. Das funktioniert auch. Krümmung. Ja, das geht. Da gibt es kein Problem. Und das ist verbunden. Das ist gut. Jetzt muss ich straight ahead runter. Dann können wir dich nehmen, oder? Müssen wir schauen, ob man sich nehmen kann. Jetzt will ich nach Köln. Ne, nach Köln will ich noch nicht. Wir gehen ja mal auf Adulz Gebäude. Im Bahnhof. Auf Graz. Dahin vielleicht mit dem Bahnhof. Und das heißt, ich könnte den Bahnhof da hinstellen. Da. Und Straße. Die nehme ich. auch so. Und fahren. Ist das mit einer Kurve irgendwie so? Warten mal. Im瞻. Imälbben. Im Jahr hin. Im caffeine hätte gerne so eine wahnsinnsbrücke aber das sieht nicht gut aus machen wir so und dann gehen wir da rein das heißt schienen ja ist okay und dann so ja und so das wollte ich nicht aber wir kommen dann nicht anders raus und geht dann ja immer so weil jetzt im bahnhof wieder umstellen und dann muss ich das hier machen ja warte so und so das wir gehen wieder da rüber das heißt 60 sollten wir drauf haben das haben wir da drauf ja und dann gerade da nach hinten so dann ziehen wir mal so da haben wir sogar die 120 so schnell kann die da am flock dann nicht die wir dann holen darüber ja und wenn es geht direkt geht schon direkt mit 120 beim bahnhof dann 108 landauer freigeschalten aber zuerst machen wir dann können wir ja vielleicht ein paar neue sachen schon auf die personenlinien hinstellen die dann da kommen werden so ja es ist okay dann dann geht es da vorbei weiter das heißt darüber genau nach graz halt das wäre da so ungefähr weil sonst hätten wir da wieder einen bahnübergang den möchte ich an der stelle vermeiden wenn es geht und das schaffen auch ganz gut dann da weiter dann stelle ich mal den bahnhof hin jetzt vorne eingleisig einmal den habe ich gesagt da irgendwo da daran so und dann die greise legen das wäre ab da dann ja so so ist okay dann nehme ich die mit und zwar nach dahinten jetzt gehen wir mit dem inneren das geht das geht das geht mit wie viel 80 83 okay das ist ja auch in ordnung aber man muss ja nicht schnell fahren es ist schon okay dann signale das wäre einmal so dann hätte ich gern da noch eins dann wo noch da ist ein block block da vielleicht ein block da vielleicht ein block hin schaut auch ganz schön aus wenn die da stehen dann komm her da ein signal so und so fahren wir weiter dann gibt es bei den bahnübergang was bei den bahnübergang was bei den bahnübergang was da und dann bei den bahnübergang ja da auch noch dann da noch einen bahnübergang gibt es Signale dann gibt es da und da gibt es da und da gibt es einen block wieder machen den block hin fahren dahin dann gibt es da und da noch was und dann gibt es da und da noch eins dann komme ich mit den glasen das ist dann eine weiche aktiviert das weiß ich nicht so ja aber man sieht die nicht ganz so gut ich mach mal die linie die linie 1 habe ich jetzt warte wo habe ich die bergbahn bregenz da ist die jetzt kommt eine neue linie bregenz graz bregenz zwar nach stuab und müssen jetzt dahin einmal da rein das passt sogar das ist der richtige bahnhof dann da einmal da dann geht es da jetzt mal schauen fahrst du zurück zweigleisig das ist gut dann da okay müssen wir schauen woran es liegt müssen wir schauen woran es liegt wo er da in den bahnhof kommt oder nicht das müssen wir schauen dass wir hier warte Und ähhh, was ist denn? Na, Eternals? Du müsstest in D1 oder? Geht nicht, weil... Ehm, der nicht in D1 ist oder? oder der. Jetzt geht's. Ja. Wir schauen dann in der nächsten Folge nach, ob's geht. Und dann kaufen wir da auch die Züge. Das heißt, danke fürs Züge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.